Was halten Sie von der Online-Petition Markus Lanz raus aus meinem Rundfunkbeitrag? Dazu würde ich auf jeden Fall erst mal feststellen wollen... Ja, unterschreiben, ja oder nein? Ich möchte an dieser Stelle... Dafür oder dagegen? Hinweisen sollte ich schon... Und wenn sie erfolgreich ist, müsste dann nicht die Landsberger Allee umbenannt werden in Berger Allee? Reicht mir, ich mache Urlaub auf Lanzarote. Äh, ja jetzt. Rein oder raus?